So, mit der riesen Kapsel von Schiffen, das ist doch krank, ist das. So, fliegen wir zu diesem Alleride-Schiff, die Alleride zurückerobern. Das war doch so klar. Das sind übrigens keine Geffs, sondern Heretics. Warum heißen die Geff? Das ist doch falsch. Ich glaube, ich weiß, warum die Geff heißen. Das mit den Heretics könnte man ja möglicherweise noch gar nicht gewusst haben. Wegen Legion, also die Quest konnte man ja machen, also die Mission konnte man nicht machen, bevor man Doktor angeholt hat. Glaube ich jedenfalls. Ja, 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 klar, klar. So. Ja, ja, du kommst mir zu nach, so. Pff, ähm, Energie zählt. Yay. Oh, Geff. Hey. Moment mal. Ich wechsle meine Munition. Schwere Disrupt der Munition. Ah, das ist so cool, ne? Ist so awesome. Was soll das? Ich steck's einfach die Waffe weg. Willst du sterben, oder was? Äh, nein, warte mal. Wop. Ja, genau, Wop mache ich auf zwei, Wurf fällt auf drei, Kampfdrohne auf vier, und es gibt sonst ja nix mehr. Doch klar, nee, Quatsch. Pff, ähm, ja, Moment mal. Die Geff sind synthetisch. Komm, äh, wir können die hacken. Ha, ha, cool. Monitor. Hacken wir den Monitor, genau so besser. So. Ähm. Äh, zu viel. Zu viele Datensegmente. Äh, das war einfach. Ich glaub, das war so einfach, so bisher, oder? Das ist wertvoll. Yay, Geff, Schildstärke. Wooo. Heißt das, das kriegt wieder nur Legion? Ich hoffe nicht. Wer lässt gerade diese Systemdiagnose laufen? Ich hab das nicht gesehen. Oh, Gator. Wie viele gibt's das denn jetzt? Alle. Ralf Zoran. Runterfahren an. Hm? Seid ihr zu blöd, die Arme zu greifen? Die kann man doch sehen. Was? Wollte ich mich verarschen? Sind die noch Feinde? Ich glaub nicht. Wollt. Äh, One Safe? Laptop. 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 Schalsruf. Koreaner Lock. Wo, 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 wo. Egal, erstmal One Safe. One Safe. Ich glaub, der ist... Ja, er ist hier. Wer ist Jona? Pff. Egal. Ähm. Ne, ist ja auch mal nett, ne? Sowas nicht in Bezug zur Story zu haben. Ne? Ja. So auch mal nett. Ich kann jetzt extra lang warten, aber... Ne. Also extra lang warten, damit's knapp aussieht, aber... Scheiß drauf. Sieht's halt nicht knapp aus. So, jawohl. Ach, der Rückschuss von der Kanone ist... Sonst ist die geil. Ich geh mal ein bisschen näher dran. Dann ist der Rückschuss wieder ausgeglichen. Sie sind durch meine Schilde durch. Aha. Die greifen ja jetzt gegenseitig an, weil die Juki-Hackt haben. What? Pff. Ich dachte, wer Teammitglied... Äh. Fail. Sag ich mal. Einer gefallen. Ja, wenigstens hat er mich nicht erledigt, ne? Bis zu. Knapp sie dir, Chatika. Braves Mädchen. Zerstört. Äh? Sie hat ihre Drohne Zerstörter genannt? Nicht so viele Pillen nehmen, Tali. Spielt's wieder nicht. Äh. Ja. Schlecht. Amonkira sei gepriesen. Amonkira sei gepriesen. Amonkira sei gepriesen. Blablablablablablablabla. Blablablabla. Blablabla. Mit Tinkets. So, Speicher. Nuhuhuhuhu. So, was gibt's hier? One Say. Huuu. Ganz viele Says. Says. Ehm. Nennen, 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 nennen. Y-C.: Sandra. ich muss da Steckdosen das war glaub ich nee äh erstmal hier dann hier und ja mach ich noch Gott ähm Metalliräten vielleicht finden wir was in dieser Konsole die meisten Daten sind beschädigt aber ein paar sind noch übrig cool und sie haben an Gath System Experimente durchgeführt es ging um neue Wege den Schutz der Gath vor Umprogrammierung zu umgehen wussten sie was für Tests ihr Vater durchgeführt hat nein Vater sagte nur ich soll ihnen jedes Teil der Gath schicken das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt ich hatte zwar den Verdacht dass er Waffen testet aber ich dachte es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schäden oder Panzerung könnten diese Daten ihrem Namen reinwaschen wohl kaum es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking Techniken ich verstehe nicht alles davon aber sie haben womöglich die Gath absichtlich aktiviert ich bin nicht sicher es steht nicht eindeutig hier drin aber wenn es stimmt dann hat Vater etwas schreckliches getan was sollte das alles Vater du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen sollte uns das hier nach Hause zurückbringen sie werden ihre Heimatwelt eines Tages zurückbekommen Tali und wenn ihr Vater ihnen dabei nicht mehr helfen kann werde ich es tun unseren Planeten zurück zu erobern wäre nur der Anfang wir müssten unsere Flotte ausschlachten um Städte und Infrastruktur bauen zu können es würde mehrere Generationen von Gentherapie erfordern um unser Immunsystem anzupassen damit wir wieder ohne Anzüge leben könnten wir müssten unsere gesamte Kultur umstrukturieren schon wieder manchmal frage ich mich ob es das überhaupt wert wäre ja klar wenn sie sich ihr Zuhause nicht zurückholen haben die Gath gewonnen das werde ich nicht zulassen heute nicht niemals zumindest ein Schiff können wir zurückerobern gehen wir ja gehen los da pfff nichts voll schon gehen das könnte schlecht sein Gath äh da mach ich jetzt einfach mal äh ne ja Kampfdruck wop ha rieses Teil n 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 die n nicht einfach deckung umgehen nicht sich einfach neben mich stellen wie gesagt dann hau ich dich um wie viele kommen denn da das ist doch ein Scherz was war das was da wo ist das war klar nein 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 du hattest immer für alles einen Plan überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord du würdest nie sie haben Unrecht du würdest nicht einfach so sterben du würdest mir nicht zumuten dein Chaos wieder in Ordnung zu bringen das kannst du nicht tun jeder Gath auf diesem Schiff wird dafür bezahlen Tali das bringt ihn zwar nicht zurück aber er hätte es bestimmt so gewollt mir ist egal was er gewollt hätte Shepard ich wollte einen Vater dem ich wichtiger bin als seine Kriegsanstrengung ich wollte einen Vater der einen kranken Urlaub nimmt damit ich sein Gesicht mal ohne Helm sehen kann stattdessen bekomme ich Befehle und das hier und eine Gruppe Admirale die mich für eine Verräterin hält das hat mein Vater mir hinterlassen kommen Sie Tali Sie dürfen hier nicht bleiben doch ich muss jemand in dieser Familie muss endlich mal mit dem Weglaufen aufhören er musste wissen dass ich komme vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen Tali wenn du das wirst bin ich tot die Gath entaktiviert ich habe nicht viel Zeit ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke du musst ihn zerstören damit ihre VE Prozesse keine neuen Neuralverbindungen bilden können sorge dafür dass Helden Garrel und Darok Sen die Daten sehen sie müssen Danke Dad Sie wissen nicht was er zum Abschluss der Nachricht gesagt hätte doch das weiß ich kommen Sie bringen wir es zu Ende ja tun wir das müssen wir jetzt nach oben oder nach nee ich gehe jetzt nach links hey gut dass ich nach links gegangen bin